Wollah, ich hab nichts gemacht. Der lügt doch nicht. Was, Wollah, er lügt, der lügt. Wieso tut mir das an? Geh mal weg jetzt. Was ist mit dir, Serkan? Was ist das für ein Typ? Das ist so ein richtiger Pitsch, weißt du? Das ist so ein richtiger Wichser. Ich hasse den Typ. Wir haben andere Probleme, man. Was ist mit dem scheiß Müller? Mit dem Anwalt, was er in die Akten gefällt? Was wird dir nix denn? Ich denk die ganze Junge. Hier, Hölzerabschutz, du sein Digge. Ich fangt, Alter. Du sollst die Fresse halten, hab ich gesagt. Halt deine Fresse! Ich weiß gar nicht, wie das läuft. Dann setzt du dich hierher. Ich geh nach Hause, du setzt dich hierher und gewinnst mein ganzes Geld. Schuldest du mir so Geld? Warum, ich reist du mich schon an, ne? Gib mir mein Geld zurück, sonst fick ich die. Ja, okay. Aber eine Woche hast du Zeit, dass wir verstanden. Der Junge aus der Hafenstadt, versorgt die Nachbarschaft mit Flex und hasch die ganze Nacht. Geld ist eine Antriebskraft. Er muss viel davon haben, denn Cousins im Liban und warten. Geldtransferner aus Europa, mach Business mit Coca. Hasta la vista. La vida loca. Was willst du meiner Schwester erzählen? Was willst du dem Kind dann erzählen? Hä? Was willst du denn erzählen? Hey. Was geht nicht? Scheißräger, geh mir nicht auf den Sack jetzt. Komm Bruder. Ich weiß, Bruder, ich mag dich. Ich weiß, Bruder. Hau rein, hau rein, hau rein. Ready? Ready, Cenk? Komm! Ready, Cenk!